So wir spielen gegen Nightmare und es ist natürlich immer noch Sattwurmzeit. Erstmal testen, 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 gucken, gucken, gucken. Wir haben eine Rhino, Marksman, Coast Control und Aerial. Aerial spiele ich eh nie. Also ich spiele kein Air. Air, wenn ich Aerial spiele. Coast Control, jetzt keine Experimente. Rhino Specialist. Ja. Ich nehme mal den Rhino. Und dann mal gucken. Giant wäre natürlich gut. So, also Stormcaller und Fangs. Schön langsam. Potify Specialist am Start. Okay. Dann können wir auch hier mal pushen. Und zur Not kann ich jetzt hier immer noch Assault Mode drücken. Aber ich nehme hier Crawler dabei. So und aggressiv. Gucken, dass hier wie groß war ein Sandwurm. Jetzt habe ich es vergessen. Oder vier. Egal. Egal. Da kommt hier eine Fortis zur Not dazwischen. Oder machen wir das so. Wir machen das so. Weil. Jetzt muss ich mal gucken, dass mir die Zeit wieder davon rennt. Wir machen das so. Weil dann. Äh. Jetzt. Das habe ich schon zum tausendsten Mal gesagt. Warte. Ich muss mich konzentrieren. Die Raketen vielleicht nicht richtig treffen. Und ich kann ja immer noch den Assault Mode einschalten. Aber die Raketen salven. Wüssten ja dann immer halt ins Leere gehen. Je nachdem, wo der dann trifft. Schauen. Also. Erster Volley. Hier rein. Okay. Cool. Hier auch. Gut. 50 Panzer. Aber sonst nichts. Jetzt bin ich natürlich sehr statisch. Aber die sind wenigstens schon mal da. Schön angreifbar. Auch von den Seiten. Speed für die Tanks wäre gut. Obwohl. Eigentlich auch nicht. Weil die sowieso stehen bleiben. Und dann kriegen die sowieso einen Volley ab. Würde ich sagen. Wird dann egal. Was ich jetzt vielleicht noch sehe. Ist der Assault Modus. Weil dann sind die halt schneller ran. Ist doch. Ist ganz cool. Ansonsten Crawler vielleicht von der Seite noch. Um die abzulenken. Auch gut. Also die. Die Kram hier von der Seite war gut. Die zweite Welle hat auch noch gefehlt. Ansonsten. Müssen wir mal gucken. Wie die sich. Guck mal. Wie die stehen. Was haben wir da? Also das sind. Fangs und Crawler haben wir jetzt. Guck mal. Ja. Mustangs sind gut. Gegen alle sind auch noch ein bisschen scharf. Anfällig für die Raketen natürlich. Wenn die stehen. Aber. Hier sind wir. Schöne Wespenflanke. Darüber hinaus. Würde ich einfach mal hier weitermachen. Hier würden die Panzer stehen. Und dann hier. Wieder. Kriegen wir den. Kriegen wir den. Komm schon. Der muss echt nur einen Millimeter nach vorne fahren. Das ist ja so genial. Und weißt du was. Wenn ihr das nicht macht. Dann geht es so. Das versuche ich jetzt hier auch. Obwohl. Muss ich gar nicht machen. Denke ich gewinnen eh. Wenn er das macht hier. Stell ich hier lieber nochmal eine Rakete auf. Wenn er nämlich. Hier. Spawn. Okay. Spawn ruhig da. Okay. Nicht so wie erwartet. Irgendwie. Jetzt habe ich die Rakete. Aber die Rakete hat funktioniert. Das wird wohl auch funktionieren. Okay. Die haben wir so gemacht. Weil die ja reingespawnt sind. Und er hat sich den fiesen Rhino genommen. Haben wir genug Damage jetzt mit Debuff. Haben wir. Panzer bleiben einfach stehen. Können sie machen. Clear ist natürlich jetzt noch eine Sache. Gut. Feuer. 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 Was ist hier? Die werden abgegradet. Ja. Würde ich hier einfach nochmal was vorstellen. Just in case. Hat doch ganz gut funktioniert. Ja ich brauche natürlich Damage. Nicht dass er sich noch einen holt. Obwohl er hat den ja Dings. Er hat den ja gekauft. Er hat den ja durch den Drop gekriegt. Pass auf. Machen wir so. Und dann machen wir die insgesamt noch ein bisschen schneller. Das ist glaube ich eine ziemlich coole Sache. Hoffentlich. Entspitzt euch nichts Freunde. Rechte Seite. Er feuert mich nicht. Ich bin nicht im Feuer. Das ist schon mal gut. Okay. Die spawnen noch rein. Replicated wäre natürlich eine coole Sache. Damage, Damage, Damage. Er hat das Schild. Aber wir kriegen doch wieder den Tower hier. Oder? Allerdings sind dann bis dahin meine Damage-Dealer schon im Arsch. Oder? Hallo? Autsch. Komm, 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 komm. Okay. Ja. Was ist jetzt mit den Wespen passiert? Habe ich gar nicht gesehen. an ischianische sehen wo ist denn dahin so was hast du denn dazu was hast du denn dazu okay wir haben hier fangs wir haben noch mehr fangs ganz viele fangs aber auch hier ganz viele crawler was halt nicht aber ich glaube die westen zeit ist vorbei die rhino zeit ist gekommen oder habe ich kein wirbelwind muss aufpassen aber ich stelle erst mal so hin und time 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 ich verkaufe jetzt erstmal die wespen werde die jetzt ab ich glaube das kann man schon machen leisten alle gute arbeit 17 sekunden 550 so was ist jetzt der richtige call ich würde sagen damage hier noch aus der hinterhand und zur not haben wir noch eine rakete zur not so wenn du nicht weiter weiß dann drückt diese tasten so aber guten tag bitte einmal fertig machen dankeschön weil zur not können wir die halt umbauen ich hatte auch ein bisschen schiss vor mehr rhinos nur mehr rein was habe ich jetzt gekriegt rakete habe ich auch gekriegt eplica super will er das jetzt über die rein aus machen ich versuche auch noch nicht dazu zu halten zusammen ich will jetzt nichts in nichts committen so richtig nicht in nichts committen richtig ja und am ende und so vier mal oder ein chip ich glaube ich bin die können glaube ich auch ganz fies werden hier kriegen auf jeden fall reichweite mal schauen was wir mit den kerlen hier machen der hat wirbelwind drauf er hat auf jeden fall überhaupt keinen bock meine einheiten da nur wie nehme ich den jetzt raus ich meine dass es in level 1 tut und der wird schon länger beschäftigt sein ich könnte hacken aber dann ich mich committed auf eine einheit dann nehme ich lieber balls dann nehme ich lieber balls und zur not kann ich die jetzt auch noch um switchen auf immer noch auf dinge der name das wenn ich genannt werden darf bisschen schiss habe dass er noch von anderen seiten kommt ja ich habe wieder diesen scheiß zeitdruck ne ok guck mal hier aber die kriegen wir doch auch hin was ist hier los das wird alles nicht mehr wir haben was gepickt replika dieser hund dieser hund wollte ich nämlich auch machen ok aber das chip kriegen wir jetzt wenigstens so und wir sind es halt es ist halt schon sicherer aber wenn ich replika drücke ich könnte mich auch noch stärker machen hat er es gedrückt hier hat er sich stärker gemacht oder nicht ich bin halt stärker wait da sind hier immer noch die crawler die ganz allein sind hier oben ne ja am teufel ich habe ich ganz vergessen es tut mir leid es tut mir leid freunde aber ich werde mich jetzt um euch kümmern so ja ich weiß macht keinen spaß macht überhaupt keinen spaß ich kriege richtig drauf die kriegen richtig drauf das könnte man aber auch so machen was auch mach ich so wir holen die freunde raus drücke aber selber replika ist teuer ich weiß es ist sehr teuer wir kriegen das upgrade auch auch und du auch anti air würde ich sagen mache ich jetzt nicht tja was machen wir jetzt hier ich würde sagen ich lasse hier einfach noch einen rhino reinlaufen der kriegt die platte erstmal und dann kann ich nicht machen was soll ich machen nochmal den hier Luft ok also der geht auf jeden fall in die ships der ist alleine den kann ich sofort wieder verkaufen die machen hat schon er wird verfolgt aber den kriegen wir noch da schon hat er noch und jetzt sehr gerne den tower danke unfassbar ok ok es sind die ships dann habe ich jetzt auch keinen bock mehr so massenvernichtungs mäßig ist er jetzt ja nicht unterwegs dann kriegen die auf jeden fall ich würde schon direkt in anti air gehen mal so vorher gibt es nochmal frei haus wird wahrscheinlich schilden nehme ich mal an er wird wieder verkauft und jetzt mal gucken ich baue es ja eher hier würde ich sagen ich mache es mal so und ich bin ja auch potenziell stärker als er habe ich schon gemacht habe ich schon gemacht deswegen ein bisschen zurück oder jetzt muss ich aufpassen dass ich das alles noch schaffe hier ähm leihen ich würde noch nicht leihen ich würde erstmal abwarten wie das hier funktioniert und dann mal gucken da ist wieder diese Zeit 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 Fiehle ich den hier Fiehle ich den Fiehle wieder weißt du Fiehle ist wieder unterwegs hier kommt ein Melter hin dann ist das gut dann kommt auch ein Melter hin der ist wahrscheinlich schon Level 3000 oder so Scheiße nicht so geil nicht aufgepasst wieder ja ich habe mich schon alle Fiehle da kommt es wieder ab okay nicht so funktioniert gut okay dann kommt hier nochmal Feuer hin und er wird verkauft dafür kommt er hier hin und zwar mit Range und was haben wir denn da Schild ich kaufe erstmal ich will erstmal zwei kaufen also er soll direkt hier drauf am besten und er hier drauf ich gebe aus bisschen weiter zurück nach hier und vielleicht kriege ich jetzt vielleicht kriege ich es jetzt will ich nicht so nochmal was ist mit ihm kriegt er den schaffen die einen Schuss das kriegt er jetzt erstmal hier so dann haben wir oh nein ein Update oh nein 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 ich habe das Update verkackt Scheiß die kommen auf jeden Fall weg damit er einen Insta-Log hat hier am besten sofort boah sehr aggressiv ne sehr aggressiv aber vielleicht hole ich die Runde schon hier aber die rennen jetzt auch alle in ihr eigenes Feuer wenigstens das als nächstes kommen dann die Raketen hier haben wir auch ganz viele Updates drauf hier werden die schon mal ausgeschaltet komm schon mal ein bisschen was schon mal ein bisschen was die kriegen wir auf jeden Fall die Raketen jetzt das ist auf jeden Fall richtig gut hier ist man auch kein Feuer oder? redeployment hat er Ufo des Todes aber es soll auch degenerieren aber ich muss auch erstmal gucken wie es hier so läuft so wie will ich auf jeden Fall haben dann können die hier aufräumen so auf jeden Fall auf jeden Fall kriegt er das Update hier und auf jeden Fall nein und jetzt muss ich aufpassen ach ich bin so ein Vollidiot ich bin halt so ein Idiot das wollte ich gar nicht machen das wollte ich hier gar nicht machen muss ich noch mehr aufpassen scheiße und mir läuft die Zeit davon scheiße ich wollte nicht Schaff holen ich wollte mich hier schützen wenigstens mit einer zweiten Linie Ufo sind natürlich jetzt hier auch gut sein Ufo ist weg Gott sei Dank oh er hat hier ordentlich Range drauf ne er hat die Range das da muss ich aufpassen ja vielleicht hier noch die Range drauf ablenken schwierig ne hab ich mich da wieder in irgendwas rein manövriert meine lieben Freunde was nun? was nun? kein Feuer uuuhh Degen Degen Crawler Production Line Line? und diesmal nicht den falschen so brauchen wir irgendetwas nicht hier ich meine ich kann sowieso keine neuen Units kaufen Crawler habe ich jetzt sozusagen geholt ich würde die gerne aus der Welt schaffen haben die Schilde schon? ne haben sie nicht aber nächste Runde vielleicht lieber Range oder? lieber Range oder? lieber Range Ufo ist gut platziert hier hier ja gut da bringt alles raus uuuhh ok das habe ich immer am Griff aber hier liegt der Kleinscheiß wo ist das Ufo ist schon weg? mach die Crawler Produktion was? oooohh nein 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 das sieht nicht gut aus das sieht nicht gut aus die macht gar nichts die macht gar nichts sieg es ist genauso wie eben ach guck mal hier au 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 und ich habe jetzt auch nicht so wirklich Ich weiß jetzt auch nicht so wirklich, was ich da jetzt machen soll. Er holt die ja immer raus. Also vielleicht schon mal hier grundsätzlich ein Device, ist auch gut hier gegen die Raketen von ihm. Machen wir das schon mal. Er hat jetzt hier einfach alles. Er hat keiner Bock drauf. Dann drücke ich mal die Platte. Ansonsten, Feuer habe ich leider noch nicht. Ansonsten, oh, was ich machen kann, ist, ich kaufe ein Öl. Tilla hat gesagt, so nah muss das nicht dran sein. Werde ich mich hier einmal absichern. Potenziell hier auf der rechten Seite auch. Oh, time, 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 nein, 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 scheiße, ich muss jetzt auch was drücken. Ich bin so langsam, scheiße. Okay, es klappt links. Fiese Überraschung hier unten. Dann dreht euch bitte um. Bringt ihn um und dann bitte einfach sterben und dann ist das gut. wartet. Bitte einmal lass es genug sein, bitte lass es genug sein. Oh, Gott! Oh, Gott! 1.200 3 Millionen MMR Ich bin zu alt für so einen Scheiß Mann, 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 Mann 1.200 Geil Sehr, sehr geil Okay, sehr gut Boah, das war aber auch ein Kampf Und wieder richtig ausgiebig den Sandwurm getestet Da sind wir richtig drin im Sandwurm-Game Okay, aber trotzdem War ja richtig geil Okay, dann freut mich, dass du dabei warst Wie immer und bis zum nächsten Match Ciao